Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Oh, da beißt der Angler an der Runde. Der Schuh! Man kennt es. Angelst ewig und dann ist nur ein Schuh dran. Was ist das für ein See, Alter? Na, da hat er mal was Interessantes geangelt. Der träumt doch noch, oder? Oh nein! Er hat's alle umgebracht, um die Flossen zu verkaufen! Ach, nö! Das kannst du doch nicht bringen! Oh, scheiße! Was? Das war's! Die ganze Show perfekt, Alter! Oh, scheiße! Ja, ich bin mir wieder. Ich bin mir wieder dran! Das ist doch ein Ring-Error! Oh, Mann! Oh, sie zündet! Oh, scheiße! Voll mies! Ich wurde ja auch nicht eingeweiht! Oh, nein! Das kannst du nicht bringen! Stell dir vor, so ein Quartier wird es wirklich nicht geben, das einfach öffentlich rumsteht! Sensiert! Ach, der braucht eine Brille! Äh, für Auftragskiller! Oh, ich ahne Schlimmes! Ich glaube, der Brillenverkäufer ist der, der getötet werden muss! Oh! 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 Ah, ich glaube, das kennen wir. Ich glaube, ich weiß jetzt, was kommt. Wohl, Alter, dass die da drin nicht mit abwackeln, also. Einfach so'n Jenga hier spielt. Ich wusste es. Ja, genau, das ist das. Jetzt muss sie die, die gejagt hat, kaufen. Das ist auch voll fremd, Alter. Gut, aber der Metzger hat sich ja für ihn vorbereitet. Wie sich die alle um ihn versammeln. Oh. 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 Alter, ihr hatt's ja vollkommen zerknickt. Oh nein. Das ist nicht wahr. Na gut, das ist mal ne andere Art, jemanden zu kehren. Aber wie? 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 Ich glaub, das war's jetzt schon wieder. Den Rest kennen wir alle schon. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Mit mir in diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.